Das Strauß Festival Orchester Wien Ausgebildet bin ich als Geiger natürlich in der Klassik. Ich habe mir gedacht, ich bin aus Wien, ich bin ein Geiger. Das ist die Tradition bei uns. Und wir haben uns natürlich bemüht, ein sehr hohes Niveau zu erreichen und das ist uns gelungen. Mein Ärger ist eigentlich nur, die Wiener Musik, Strauß Musik in die Welt zu tragen. Und hochzuhalten mit der besten Qualität und ganz im Sinne der Tradition und so, wie wir es halt hier in Wien gern haben. Er ist der Strauß-Spezialist in Wien heute. Diese Konzerte haben den Charakter, den Strauß wollte. Er versucht, diese Tradition weiterzuführen. Das geschieht nirgends sonst in dieser Form. Wien war immer eine großartige Musikstadt. Musik ist sozusagen der zweite Vorname von Wien. Jedes Gässchen erzählt eine Melodie und lässt einen Hauch Musikgeschichte erahnen. Musik ist sozusagen der Strauß-Spezialist in Wiener Musik 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 Musik Die Kollegen, die bei uns spielen, sind ausschließlich und alle wirklich hervorragende Instrumentalisten. Musik 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 Die Werke von Strauss scheinen alle Erdenschwere abgestreift zu haben. Und es ist diese pulsierende Freude und Leichtigkeit, die Peter Gut in jedem Augenblick einzubringen vermag. Musik 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 Aber ein wesentlicher Bestandteil, und das darf man nicht vergessen, ist das Publikum. Musik Egal wo wir hinkommen, wir haben Gott sei Dank nie ein Problem, die Leute mitzureisen. Musik Damit will ich sagen, das Publikum ist auf der ganzen Welt sehr gut. Musik 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 Vielen Dank.